Vor die Zigarette ins Gesicht rein Wie hoch kann ich denn? Wo ist denn das blöde Flugzeug? Wo ist das? Ja scheiße, ich komme nicht ganz hoch He 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 Keine Ahnung, war das der Gute? Oh scheiße! Nein! Ja, ich finde das cool, Maren. Oh bitte, irgendjemand muss mich wiederbeleben Dankeschön, Boomer macht's Ich würde sagen, das gibt's gar nicht Ich schieße das Flugzeug ab und wo landet's? Auf mir Das ist mal wieder so typisch Das passt so zu mir Da vorne ist es Äh Ich schieße das Flugzeug ab und wo wir im